Guten Tag, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Und jetzt fragen Sie sich, wer ist denn der Typ, der jetzt hier vorne zugeschaltet ist? Mein Name ist Michael Brünberger und ich habe drei Hüte auf. Ich bin zu einem Juraprofessor an Universität Bayreuth. Ich bin zum zweiten Prodekan. In dieser Funktion bin ich heute hier. Und ich bin auch Studiengangsmoderator für zwei Zusatzstudiengänge, das TWZ und das Digizet. Dazu gibt es eine eigene Einführungsveranstaltung, die Sie im E-Learning abrufen können. Heute also spreche ich zu Ihnen als Prodekan. Jetzt fragen Sie sich, wer ist denn ein Prodekan oder was ist denn ein Prodekan? Offiziell gesehen ist der Prodekan der Stellvertreter des Dekans und der zukünftige Dekan. Das ist so wie Prince Charles, den gibt es, aber der hat fast nichts zu sagen. Aber eine Tätigkeit habe ich und über die freue ich mich sehr, dass ich hier die Jurastudierenden Sie im ersten Semester begrüßen darf. Und das ist wirklich ein Highlight meines Amtes. Und das meine ich auch wirklich ernst. Ich darf Sie also ganz offiziell in dieser Funktion in Bayreuth willkommen heißen. Wir freuen uns über jede einzelne von Ihnen. Sie haben aus unserer Sicht die richtige Entscheidung für Bayreuth getroffen. Sie haben sich für eine Fakultät entschieden, die, das zeigen die Rankings der letzten Jahre durchweg, zu den Spitzenfakultäten in Deutschland gehört. Sie haben sich für eine Fakultät entschieden, die nicht nur ein großartiges Jurastudium anbietet, sei es Staatsexamen, sei es LLB Recht und Wirtschaft, sei es ein deutsch-französischer Bachelorstudiengang oder der deutsch-spanische Bachelorstudiengang, sondern die mit WWZ, Digizet, TWZ auch noch eine ganze Reihe von einzigartigen Zusatzangeboten anbietet. Sie haben sich für eine Universität entschieden, die von einer ganz tollen Campusatmosphäre lebt. Und Sie haben sich für eine Universität entschieden, in der letztendlich die Study-Life-Balance sehr gut gelingen kann. Und ja, ich weiß, die letzten beiden Punkte, die sind zurzeit nur eingeschränkt möglich. Und deswegen lassen Sie mich kurz ein paar Worte zum Elefanten im Raum sagen, nämlich der Pandemie. Sie schauen sich um und Sie sind im größten Hörsaal oder in einem der größten Hörsaaler unserer Universität. Da fast über 800 Leute. Und wir dürfen in diesen Hörsaal zurzeit Corona-bedingt nur 90 Leute hineinpacken. Wenn Sie sich jetzt umschauen, Sie werden hier eine kleinere Gruppe sehen. Ohne diese Pandemie würden wir heute hier mit 500 Leuten sitzen. Und ich wäre live vor Ort und wäre nicht aus Amsterdam zugeschaltet, wo ich mit meinem Partner lebe. Die Pandemie wird, und da gibt es keinen Grund, darum herumzureden, die wird Ihren Studienanfang ganz erheblich prägen. Sie sitzen hier mit Maske. Das allein zeigt es schon deutlich. Das hat aber nicht nur mit den Lehrveranstaltungen zu tun. Denn Universität ist mehr als nur ein Platz zum Lernen und zur Ausbildung. Universität hat daneben viele latente Funktionen, von denen die wichtigste ist, sich neu erfinden zu können, neue Kontakte zu knüpfen. Denken Sie beispielsweise an unsere große Bibliothek für Jura und Vivi, in der sich Studierende ganz viel aufhalten und in der schon sehr viele Beziehungen oder auch nur kurzfristiger Art zustande gekommen sind. Das alles wird in diesem Semester ein bisschen anders sein. Mir tut das wirklich sehr leid für Sie. Aber wichtig ist, dass wir das Beste daraus machen. Und deshalb möchte ich Ihnen jetzt ein Versprechen geben und von Ihnen auch ein Versprechen erwarten. Wir werden also so etwas tun, was Sie dann bei meinem Kollegen Bernd Konowski lernen werden. Wir werden einen Vertrag schließen. Wir vonseiten der Universität und vonseiten der Fakultät tun alles uns Mögliche, Ihnen trotz der Pandemie einen vollwertigen Studienstart zu ermöglichen. Die Tatsache, dass wir uns entschieden haben, diese Einführungswoche durchzuführen, dass wir also uns bewusst entschieden haben, Sie an die Universität zu holen, ist ein Schritt dafür, weil Sie so zumindest die Möglichkeit haben zu sehen, dass Sie nicht alleine sind, dass es viele andere noch gibt, in einer vergleichbaren Situation damit hin, dass Sie also die Möglichkeit haben, in den Grenzen, die uns zurzeit zur Verfügung stehen, Kontakte zu knüpfen. Wir stehen Ihnen im Dekanat als Ansprechpartner zur Verfügung. Wir, das sind vor allen Dingen ich, das ist meine Kollegin, die Studiendekanin Frau Nessler und das ist Frau Steiner, die Sie jetzt schon hier gesehen haben. Daneben gibt es auch die Fachschaft RV, Ihre Studierendenvertretung, die entsprechende Angebote bereithalten wird und ebenfalls Anlaufstelle ist. Wir versuchen also hier vieles zu tun. Wir hoffen und erwarten von Ihnen, dass Sie Ihren Teil dieses Vertrags aber auch einhalten und der ist, dass Sie verantwortlich mit sich selbst, mit Ihren Kommilitonen und mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Universität umgehen können. Seien Sie verantwortungsbewusst, suchen Sie Kontakte im Rahmen des Möglichen, im Rahmen des Zulässigen, versuchen Sie aber hier sorgfältig mit sich umzugehen und seien Sie im Zweifel etwas risikoerwärser, als Sie es vielleicht normalerweise sind. Die Pandemie wird aber, obwohl sie den Anfang Ihres Studiums sehr stark beeinflussen wird, nicht das ganze Studium prähen. Daher möchte ich jetzt mit einem Appell an Ihren neuen Lebensabschnitt eintreten, der mir persönlich ganz besonders am Herzen liegt. Mit Juran haben Sie sich entschieden für ein sehr spannendes, aber auch ein schwieriges Fach. Sie werden relativ schnell sehen, dass Disziplin und Fleiß wichtige Zutaten für Ihren Erfolg sind. Und diesen Erfolg messen wir im Jura, vor allem im Staatsexamensstudiengang, üblicherweise an den Noten. Aber Noten sind nicht alles. Lassen Sie sich bitte nicht zu schnell von älteren Semestern, auch nicht von Ihren Tutoren, irre machen. Bleiben Sie neugierig, stellen Sie Fragen, haken Sie nach, verengen Sie nicht zu schnell den Blick aufs Examen. Das Stichwort examensrelevant ist genügt, wenn das im fünften, sechsten, siebten Semester fällt. Aber jetzt sollte das wirklich noch nicht fallen. Filtern Sie also nicht alles danach, ob es fürs Examen zählt oder wichtig ist oder ob das nicht davon ist. Damit würden Sie nämlich Ihr wirklich spannendes Studium sehr schnell trockenlegen. Jura, das ist entgegen vielseitiger Annahmen gerade kein Studium zum Auswendiglernen. Gut, die eine oder andere Einschränkung muss man machen, vor allem im Strafrecht, bei meiner allerliebsten Kollegin der Studiendekanin, da muss man hin und wieder schon Definitionen auswendig lernen. Aber auch dort gilt, wer das Gelernte nicht verstanden hat, der hat verloren. Und glauben Sie mir, bei der Kollegin Nestler möchten Sie nicht auf der Verliererseite stehen. Jura studieren heute heißt also, dass Sie neugierig bleiben. Dass Sie neugierig bleiben und dass Sie bereit sind, sich auf Ihre Aufgabe von morgen zuvor zu bereiten. Und das bedeutet Verantwortungssymbolien. Verantwortung für eine Mandantin, die um Ihren Unterhalt kämpft. Verantwortung für eine Person, die Gegenstand eines Unfalls war und dort aus diesem Unfall Entschädigung und Schmerzensgeld haben möchte. Verantwortung für ein Unternehmen, das expandieren möchte und ein anderes Unternehmen erwerben möchte. Oder das bestimmtes technisches Know-how hat und das bestmöglich schützen möchte. Verantwortung in einer Regulierungsbehörde wie dem Bundeskartellamt oder der Bundesnetzagentur, wo die Weichen für die digitale Infrastruktur von morgen gestellt werden. In einem Ministerium, wie etwa dem Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz, aber nicht nur dort, wo Sie Gesetze entwerfen, die unser Verhalten steuern und erheblich prägen. Verantwortung als Staatsanwältin, die sich auf die Verfolgung von Wirtschaftskriminalität spezialisiert, weil wir dort, das Stichwort Wirecard zeigt es, immer noch ein erhebliches Rechtsdurchsetzungsdefizit haben. Oder, und das ist immer noch das Leitbild unserer Juristenausbildungs, eben als Richterin, sei es am Amtsgericht oder am Bundesgerichtshof, wo Sie eben nicht nur die Aufgabe haben, schwierige Rechtsfragen zu lösen, sondern wo Sie gegenüber den Beteiligten im Namen des Volkes Recht sprechen. Das alles verlangt viel mehr von Ihnen, als nur technisch gute Juristinnen und Juristen zu sein. Das verlangt viel mehr von Ihnen, als lediglich bekannte Probleme auf bestimmte neue Sachverhalte anzuwenden. Sie müssen insgesamt einen inneren Kompass entwickeln, der Ihr Handeln leitet und bestimmt. Das Gesetz gibt, und das werden Sie in den ersten Vorlesungswochen relativ schnell merken, viel weniger Antworten auf die Fragen, die Sie haben. Diese offenen Bereiche müssen Sie ausfüllen. Wie Sie das tun, werden wir Ihnen im Laufe des Studiums zeigen. Wir werden Ihnen einfach zunächst die ganze Masse des Stoffes versuchen, vertraut zu machen, um die Antworten, die bereits gegeben worden sind, herausfiltern zu können. Und wir werden aber zweitens, und das ist noch viel wichtiger, Ihnen das methodische Handwerkszeug in die Hand geben, damit Sie selbst neue Antworten auf neue Probleme finden können. Am Ende werden Sie nämlich, in welcher Funktion auch immer, entscheiden müssen. Sie werden Verantwortung tragen. Verantwortung im Kleinen und Verantwortung im Großen. Werden Sie dieser Verantwortung gerecht und beginnen Sie schon heute damit. Jetzt ist es doch ein bisschen pathetischer geworden. Und wir sind jetzt dankbar, ich ganz besonders, dass uns die Studiendekane, Frau Professorin Nestler, wieder schnell auf den Boden der Tatsachen zurückholen wird. Ich wünsche Ihnen, trotz der Pandemie, einen großartigen Studienstart in Bayreuth. Und wenn Sie mich am Campus sehen, und ja, ich bin auch regelmäßig am Campus, sprechen Sie mich an, ich freue mich auf Sie. Wie gesagt, auf jeden einzelnen für Ihnen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.